Hier ist auch ein bisschen Depp. Hallo ihr Lieben, und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge... Ra... Hai! Wieso aber eigentlich für dich? Mann, Mann, Mann! Es ist... Voll uncool. Voll gemein. Äh, weiteren Folge Raft. Hai ist auch wieder am Stüssel. Und wir werden weiter hübsch looten. So sieht's aus. Ich mach den Anker. Wunderprächtig. Ich muss was essen. Oh, ich auch. Kann das sein, dass die Nahrung sehr schnell runter geht? Find ich auch. Und das Trinken auch. Aber man kriegt ja schnell... Also trinken, das läuft ja jetzt. Aber... hm. Das Essen nicht. Kommt drauf an, was man isst. Leute, wir müssen wieder angeln, aber wir haben kaum noch Ressourcen. Ja, das werde ich tun. Muss Angeln machen. Witz! Trinken sind wir soweit ausgestattet, ne? Ja, trinken, ja. Das läuft ja von alleine. Gut, dann brauchen wir keine nächste... ...Ration zum Destillieren. Ach, so. Das Schöne ist, wir können ja noch nicht mal irgendwas bauen oder so, weil wir die Ressourcen brauchen. Die Bäume sind schon draußen. Die gehen ja jetzt schnell. Okay, ich lass dich noch ein bisschen. Hol's! Ah! Was freust du dich denn da? Easy, du sollst sammeln. Dich nicht freuen. Ach, sie macht die Dinger. Ah, das ist klar. Was ist das? Sind das Blätter? Ja, die Blätter nehmen wir auch noch mit. So, lass mal gucken, lass mal gucken, lass mal gucken. Da wären zwei Felsen. Ich weiß nicht. Da brauchen wir nicht runter. Was ich eigentlich ganz nett brauche, ist noch eine Wasserflasche. Die saufen ihre Kiste. War die auch schon immer so gewesen? Leute, wo bleibt die? Ihr verpasst ja alles. Was verpassen wir? So, ich brauche auf jeden Fall kein Fernblas. Äh, Haiköde auch nicht. 5 Flosse. Dazu brauche ich eine leere Wasserflasche. Leere Wasserflasche mache ich. Immer wieder gucke ich in die falsche Kiste. Kiste. Die saufen, du musst in deine Kiste gucken und mich nicht hier halb abknutschen. Einmal. Das war verdammt treu. Frei und Kunststoff. So, fröhliches weiter der Angel hier. Was sagt mein Inventar? Äh, hallo, sagt es jedenfalls. Habe ich noch nicht eingezogen. Oh, da hätten wir zweimal Seil gehabt. Das einmal. Fünf... Was? SCV? Ist das ein Fußballverein? Ich hab's gar nicht gelesen. Ich hab's gar nicht gelesen. SCV. Okay. Ich glaube das ist ein Fußballverein. Ist das ein Fußballspiel? Nein! Gut, ich kann auf jeden Fall wieder kaufen gehen. Ich habe mir die Schwimmsachen gemacht. Hervorragend. Dann packe ich noch mal ein bisschen Essen auf und hauen weiter, ob wir... Wir brauchen irgendwann trotzdem eine Insel. Ich würde auch gerne die Betsy weiterbauen, aber... Braucht Ressourcen. Sehr viele Ressourcen. OÍ. Ne, dann schauen wir mal. Ohh. 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 OÍ. OÍ. Nein! Oh. Genabbt. Ich hab's genabbt, das ist toll feucht. Ähm... Du bist mein, Rech, rechte Seite ist ein Fluss. Ok, Ich steuere drauf zu. Okay. Ja, so Hardcore brauchen wir jetzt auch nicht. Hörchen, hi! Hi hinten! Ich renne! Fahrtrichtung hinten? Ja, das schaffe ich nicht mehr. Ich hab keinen Kunststoff. Widersetzt. Kalli, ich nehm das hintere Fass. Okay, ich nehm das vordere. Oder ich nehm auch beide. Ach! Ich rede doch gar nicht mehr mit dir. Kalli! Nee! Kalli, 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 Kalli! Ey, du bist... Arsch! Ah! Nein! Haha! Oh Gott, wir schwimmen an das Fluss vorbei. Nein! Okay, gleich. Gleich. Und... Oh! Warte, 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 warte! Oh! Warte! Ja! Ja! Tu es! Oh, Michael! Daneben! Komm! Komm! Oh! Lass du es, wenn es untergeht. Ist da oben überhaupt was? Rezept einfache Fischtopf. Stimmt, den Topf werden wir auch jetzt mal gleich machen. Pardon. Meine Stimme haut ab. Helia macht den Topf. Ähm... Warte, ich will die Fässer mit euch noch haben. Ne, 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 mach ruhig den Fischkopf. Ne, ne, die Fässer da hinten. Ja. Ich fahr jetzt noch zu den Fässern und dann fahren wir... Du kannst mich mal... Das hinter ist meins. Ja. Ja? Sag Bescheid, dann fahr ich wieder andersrum. Hab ich! Andersrum? Ja. Da hinten sind auch noch was aufgeploppt und da will ich jetzt hin. Und die fahren auch. So. Ich sag immer so. So, so. Oh, wir haben was, oh, wir haben was Neues dazu bekommen. Was? Ah, ich brauch nur eins. Ach, ist das aufregend! Oh, es kommt wieder was Neues dazu. Oh, nice! Und Schale. Toll, für was? Wahrscheinlich für den... Kochtopf. Oder auch gerade... Da ist er. Oh, brauchen wir sehr viel dafür. Wir halten wie immer das... Ihhh! Hedja! Hedja! Oh, ich hatte Angst, ich hatte Angst, ich hatte wirklich Angst! Och man, ich wollte jetzt gerade auslachen kommen. Du... Boah. Ich bin doch gar nicht mehr mit dir. Komm, Kalli! 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 Kalli, 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 Kalli! Wir müssen die Küche ein bisschen umdenken. Brauchst du Nägel in naher Zukunft? Ich hoffe mal nicht. Gut, jetzt müssen wir kurz schauen, wie wir das machen wollen. Ich muss mich mal kurz entpacken. Ich habe nämlich was Neues für euch, Kochen. Müssen wir nur schauen, wie wir das anstellen. Ähm. Oh. Was? Okay. Kann es sein, dass es wieder weniger wird hier? Wenn ich die Krets wegpacke, vergeht das Holz, was da drin ist? Das weiß ich nicht. Eine sehr gute Frage. Hi. Ja. tanker ist. Anker ist. Huch. Ist schon ein Thisy. wenn er untergeht dann glaube ich oder ja ich glaube da macht er nichts mehr wir haben einen wellengang vom allerfenster wieso schwimmst du beziehungsweise warum gehst du ins wasser wieso wieso machst du denn sowas Anker ist huch nein nicht rausschmeißen die gehen ja fast runter Brotsüberlegung wo wir das jetzt alles hinpacken sogar deine Kiste ist doch leer oder gut ich glaube die Kochnische müssen wir noch irgendwie verbessern Ach Na hofft geht er weg wer steht denn da Ich Hey Kalli Ja ich rümpel Madame hier mal auf Ne das bist du nicht das ist die Tesee die am Gut da kann ich die nicht hinstellen wir müssen einen anderen Platz suchen für die Kisten Ja Du sagst es Ich angel Könnte man nicht die Kisten Nebel des Brauns Kein Nebel des Brauns Ne Kein Nebel des Brauns Ne warte oder Zerstörer Kein Zerstörer Zerstörer Kein Zerstörer Dein Ernst Kein Zerstörer Was denn Was ist denn Henker Machst du da Bei mir bleibt immer Nebel auch wenn ich Ticken nach rechts gucke und wenn ich nach links gucke ist er wieder weg Und dann wieder nach rechts ist er wieder da und dann wieder weg und dann also Zerstörer Kein Zerstörer Zerstörer Kein Zerstörer Verstehst du? Ne Ach man So So Ihr könnt gleich Ich mach gleich die Kretz wieder hin Ja unbedingt Wir verhungern wegen dir Ja ich verhunger auch gerade So hört man gar nicht den Hai wenn er umknabbern sollte Bist du da gerade hochgesprungen Flick und zieh Was? Was? Gar nichts Falscher Film oder? Ja Ja ich wache mal ich höre es Ich habe einen bescheuerten Schuh hier Tee saufen mach was draus bitteschön Was soll sie beim Schuh machen? Wollte ich mich einsammeln Habe ich hier hingestellt Tee saufen Da steht er Hinten im Weg Hab für dich Hab für Genau Hast ein Schuh Genau guck ihn dir mal an Der ist toll Kannst doch aufheben Hm? Wie kriegst du von oben einfach nur runter ey Das sieht sehr intelligent aus Was war das? Ach du was da Jetzt hast du einen Schuh Oh da watschelst du Haha Da stellt er teil Alles klar Gut alles klar Das können wir so nicht machen Dann machen wir es anders Ok Das war doch Mal dieses Umdenken Mal dieses Umdenken Du hast kein Holz drüber Ja ich habe sie auch gerade hingestellt Was soll ich denn machen? Hätten wir Leerwurzeln lassen müssen Kostbares Holz ey Versaut wie dir Spinnen Das dann Das dann So Dann wär diesmal Was ist Bist du gerade da drinnen? Ja aber selbstverständlich Das ist nicht Gerade eben konntest du es machen Konntest du gerade? Oder ist es am Bellengang? Bestimmt Gib den Bellen die Schuld Ich komm da nicht hin Das ist Oh nee Ähm Wieso? Aha Okay Guck mal ich habe ein Rezept Tees auf was Sammelt das Futter vom Bohnen auf Ich hatte keinen Platz mehr wenn wir da waren Ja Guck mal wir können jetzt kochen Was können wir kochen? Wartet Machen wir mal Kartoffeln habt ihr schon jetzt verbraten? Nein Hier sind noch zwei übrig Ah Aber die Dinger Die sind gebraten Über Zwei Über Züben Knutsch den Fisch Knutsch den Fisch Knutsch den Fisch Warte 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 bleib steht Der ist aufhaft zu schütteln Mann Delia Knutsch den Fisch Halt still Warte 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 Halt still Warte 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 Wo ist die Futterkiste? Hier oben Da Die sind oben Ja Ja So und Er hat wunderschöne Augen Wartet So jetzt haben wir Holz Das Holz packe ich mal wieder hier hin Die jetzt Echt den? Hi Hab Wow Warte Arsch Geh Gesicht So beginnen zu kochen Ich habe schon nichts aufgehört Ich mache uns Sippchen Oh mein Gott das kocht doch über Mach den Deckel ab Darauf trinke ich Ach wir fahren ja gar nicht wir haben ja noch den Anker unten Das fällt niemanden auf kann das sein Doch Und was trinken Ich mache mal den Anker wieder hoch dann Dann Kannst du erst mal unten lassen Lass unten den Anker Ja? Ja Weil wir machen hier ein Päuschen ihr lieben lieben Dill Alles klar Ja Ja Hier hoch die Tassen ey Bams Was hast du drinnen? Nichts nur heiße Luft Das sieht aber nur Wasser aus Nee ist nichts drin Alles klar Wir bedanken uns für uns zu sehen Au Da ist ja ein Element wie bei Dark and Light ne? Immer schön kochen Ja oder? Immer schön Fleisch reinpacken Immer schön Fleisch reinpacken und das packen und das nicht aussuchen Dann hübelst du Einfach nur reinschmeißen Richtig Danke ihr Lieben Und dann bis zur nächsten Folge Ciao Ciao